Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Dienstagmorgen. Heute ist der 31. Januar. Es ist 4 Uhr morgens. Nicht ganz, je nachdem, wie ihr den Podcast natürlich hört. Ist ein bisschen früher oder später, aber frühestens ist 4 Uhr am Morgen. Und wir haben, oder besser gesagt, ich habe die folgenden Themen für euch mit dabei. PayPal und Amazon, ein super Akku, Nokia 150, Paper, Lyft, Google, KeyPass Touch, SmartSync und Atari. Doch gehen wir das Ganze der Reihe nach durch. Zuerst Amazon und PayPal. Anscheinend sind die beiden fleissig miteinander am Kommunizieren. Bis vor kurzem, wo PayPal noch zu eBay gehörte, waren es ja ziemliche Konkurrenten. Oder wie soll ich sagen, Amazon werkelt ja natürlich selber an seinem eigenen Bezahlsystem. Auf jeden Fall sind sie da fleissig dran, kommunizieren, sprich vielleicht bald kooperieren. Würde heissen, dass ich endlich, wenn ich mal wieder was bei Amazon kaufen würde, bezahlen würde, so meinte ich, könnte ich dann vielleicht auf PayPal setzen. Das würde ich persönlich sehr, sehr begrüßen. Dann, wer hat es erfunden? Die Schweizer. Vor circa zwei Jahren hat der CEO, der Mr. Hayek, in einem Zeitungsinterview einen super Akku angekündigt, den sie bis 2016 auf den Markt bringen möchten. Das wurde leider nicht ganz eingehalten. Sprich, jetzt wird der Akku erstmals getestet. Wenn man den Daten, die sie damit aufs Blatt bringen, trauen mag, 30% mehr Leistung als zum Beispiel einen aktuellen Tesla-Akku. Wenn man es da vergleicht mit dem Model S, könnte man da mit 780 statt nur 530 Kilometer weit fahren. Auch soll der Akku deutlich langer halten. Die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule, war da auch mit dran an der Forschung. Und es wird aktuell getestet in China. Ich bin schon extrem gespannt, wie das rauskommen wird. Unter anderem soll die Akku-Technologie nicht nur für einen Tesla, für intelligente Autos genutzt werden oder elektrische Autos, besser gesagt. Es soll auch in Smartwatches Einzug erhalten. Das würde ich auf jeden Fall begrüßen, weil da ist sicherlich noch ein bisschen Aufholbedarf. Nokia 150, nee, das ist nicht dieses neue, auf Android basierende Smartphone, sondern es ist ein Feature-Phone, was Nokia rausbringt. Keine Ahnung, was die Gummistiefelträger da aktuell in Finnland oben reitet, dass sie jetzt das Gefühl haben, wieder in den Bereich einzusteigen müssen. Gibt es da doch schon ziemlich, ja, nicht mehr viele Firmen, die da tätig sind, aber unter anderem Samsung eigentlich noch recht stark ist in dem Bereich. Mal schauen, vielleicht kriegen Sie es hin, das Teil kommt für ca. 40 Euro auch nach Deutschland. Schaut auf jeden Fall hübsch aus, ja, aber ich glaube, das war es dann auch schon. Der Rest ist so ein bisschen, naja. Paper, das Notizprogramm, um es ein bisschen runterzubrechen, von Dropbox. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das noch so lange lebt, weil Dropbox bringt es ja fertig, Mail-Apps kaputt zu machen, Fotolösungen wieder einzustellen. Ich dachte, das kommt nicht über die Beta hinaus. Sie haben es jetzt aber geschafft. Die Paper-Geschichte ist jetzt das Beta-Label losgeworden. Insgesamt, ja, müsste ich es mal ausprobieren. Ich habe nur mal ganz kurz reingeschaut, ein bisschen ausprobiert, aber, ja, ich traue dem Braten nicht ganz. Vielleicht für euch, liebe Hörer, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es nutzt. Und ich frage mal bei uns intern nach, der Jan hat ja ein Weilchen lang darauf gesetzt, oder immer noch, ich weiss nicht. Müsste ich mal mit ihm ein bisschen genauer besprechen. Das nächste Thema, wir sprechen ja immer wieder, wenn es um die modernen Taxis geht, eigentlich von Uber. Wenn man aber Richtung Amerika schaut, da gibt es ja mehr. Neben Uber ist ein grosser Konkurrenz Lyft. Und die haben jetzt ein ganz cooles Feature auf den Markt geschmissen in ihrer App. Cool in dem Sinn, ja, ihr könnt quasi den Kalender freigeben, der App. Und wenn der Kalender sieht, ich bin zu diesem Zeitpunkt hier und ich müsste um nächsten Stunde, ein oder zwei Stunden, wie auch immer, Punkt Y sein, könnt ihr direkt diese Daten übernehmen aus dem Kalender, um euch einen Lyft zu bestellen. Also ein passendes Lyft, was dann euch abholt und auch dahin bringt. Entfällt die ganze Adresseingabe und so weiter. So etwas würde ich mir für meine Uber-App auch wünschen, weil die Adresseingabe ist jeweils schon nicht so ganz sexy. Aber ich denke, dem wird nicht so lange gehen und das wird auch kommen. Haben wir Android-Nutzer? Wenn ich dir Statistik-Glauben schenken darf, die dieses Format auswirft, haben wir den ein oder anderen Android-Nutzer bei unseren Hörern mit dabei. Was heisst den ein oder anderen? Anscheinend ist beim letzten Google-App-Update ein bisschen was falsch gelaufen, das vor wenigen Tagen rausgekommen ist. Solltet ihr das noch nicht installiert haben, ich würde mal abwarten, denn wir werden was verlinken. Da könnt ihr nachlesen beim Stadtbremer Hafenblog. Sammeln sich da ein paar, ja, unschöne Geschichten, dass die App nicht mehr ganz so funktioniert, wie sie sollte. Also, wenn ihr das Update noch nicht eingespielt habt, tut das doch mal. Immer wieder rufen wir auf, dass ihr eure Passwörter ändern sollt, dass ihr eure Passwörter besser verstärken sollt und so weiter. Da gibt es hier diverse Möglichkeiten. Meine Reiner setzt da unter anderem auf One Password schon seit vielen, vielen Jahren und eigentlich recht glücklich damit. Die grosse Alternative, auch aus dem anderen Lagern, ist sicherlich KeyPass. KeyPass, kostenlos, hat grosse Vorteile. Ob das immer ein Vorteil ist, weiss ich nicht, komme ich gleich dazu. Man kann da nicht nur offizielle Apps nutzen. Wenn es sowas nicht gibt von offizieller Stelle, kann man auch Dritt-Apps anwenden. Ich bin da relativ heikel, wenn es um Dritt-Apps geht und meine, meine, ganz wichtigen Secure-Passwörter-Geschichten. Das würde ich persönlich nicht antrauen. Wer es dennoch tun möchte, mit KeyPass Touch ist für iOS eine neue und wie es zumindest optisch ausschaut, auch eine gelungene App entstanden, wie ihr eure Passwörter verschlüsseln und verwalten könnt. Also, reinschauen, wer KeyPass nutzt und das auf iOS nutzen möchte, ist eventuell eine Alternative. Dann gehen wir zurück zu Dropbox. Smart Sync ist eine Funktion, die es im Business-Umfeld von Dropbox, also für die Business-User bei Dropbox, schon länger gibt. Und die hat es jetzt anscheinend, oder was heisst anscheinend, die hat es jetzt oder wird es jetzt in die normale Dropbox-Version schaffen. Ihr seht, egal ob ihr Daten online habt, quasi in der Cloud, oder auf eurem Produkt, sei das ein Smartphone, ein Tablet, ein Computer oder einen mobilen Computer, was auch immer, ihr habt immer Zugriff auf alle Daten, die ihr habt. Und das ohne, dass sie euren Speicherplatz versorgt. Oder versaut, besser gesagt. Ihr habt zum einen, seht ihr grün angehackte Dateien, die bei euch auf dem lokalen Gerät liegen. Ihr seht aber mit einer grauen Wolke angezeichnet, Ordner und Dateien, die eben nicht auf eurem Rechner liegen, sondern in der Cloud. Könnt dann über das Kontextmenü auch ganz einfach Ordner oder Dateien schnell auf dem Gerät löschen. Aber nicht, dass es in der Cloud gelöscht wird, also quasi zurückschieben. Und habt so eine Übersicht. Habt sogar einen Vorschau-Modus. Schaut alles ganz toll aus. Ich, ja, muss mich mal einarbeiten, wenn es dann da ist, auch für mich. Weil, ja, Hacken da, Hacken dort, Daten da, Daten weg. Muss man ausprobieren. Ich arbeite da immer noch ganz einfach mit einem Ordner, der ist online und einer Ordner, der heisst offline. Sprich, ich habe Daten, die ich auf dem Gerät habe. Also ein Ordner mit Daten, die ich auf dem Gerät habe. Und ich habe einen Ordner mit Daten, die ich nur in der Cloud habe und grenze es so für mich ab. Und gehe dann halt kurz über den Browser rein. Aber ja, nächstes Thema. Und auch schon letztes Thema, wie ich sehe. Spiele, Retro-Spiele im Allgemeinen, haben ja einen Boom. Schon seit ein, zwei, fast drei Jahren immer mehr. Und anscheinend will Atari, ja, die gibt es immer noch. Die kommen und gehen ja wieder und verkaufen sich und so weiter, es nochmals versuchen. Im Februar 2017, der beginnt ja morgen. Ich glaube morgen, ja, 1. Februar, genau. Und die möchten anscheinend ein Wearable, ein Armband oder etwas in dir. Auf jeden Fall, wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Wenn nicht hier in der Daily-Folge, sicherlich beim grossen Mutter-Podcast in der Spiele-Sektion mit dem Jan zusammen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Reinhören. Euer Pokipsi wünscht euch einen wunderschönen und vor allem einen extrem erfolgreichen Tag. Heute rocken wir den letzten Tag im ersten Monat. Bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.